Ja hallo, da ist der Christian. Heute haben wir wieder was zum Einjogeln da. Frisch aus den USA. Schauen wir mal, was da drin ist. Auch mal den operativen Eingriff. Und es ist schön schwarz verbockt. Natürlich nie gewusst in dem Death Monster. Und so, den Sword Hunter. Und die Ringtail Weakzen. So gemacht. So, schönes Papier. Auf jeden Fall Weihnachten. Schaut es sich schief. Du siehst es dort rein. Schönes. Eine Miniatur. Dann haben wir wieder ein Bügel. Und was haben wir da? A next story event. Intimacy. Infant adrift. The nominated survivors marching into the darkness, prepared to face the death. Instead, they are drawn to the reedy cries of a newborn, floating in a basket on a river of blood. Taking this as an omen of hope, the parents return to the settlement. Gain plus one population. Gain plus one population. Fighting art gibt's. Disorders vielleicht. Wie? Das passiert, wenn man bei Intimacy Story Event einen 1er würfelt. Okay. Also da passiert ein bisschen mehr statt, dass einfach nur die Eltern stehen. Interessant. Das kommt sicher bei mir zum Einsatz. Und dann haben wir noch eine kräfte Schachtel. Und wieder was Schönes. Schau her. Ein Settlement Event. Okay. Das kommt nicht von hause aus. Das ist eine. Das gibt auch ein Basic Hunt Event. Okay. Eine Waffe eine hier. Excalibur. Okay. Eine Waffe eine hier. ok when you die you cheese out exist ignore death principle and this gains plus 2 permanent strength note this on the settlement record sheet ok basic hand event das werden wir gleich mal einbauen ok mehr war es nicht ich hoffe dass bei deinem Video jetzt der Ton ein bisschen besser war dass man das objektiv nicht zu viel gekehrt hat und wie gesagt beim nächsten Video werden wir den White Lion den White Giga Lion zusammenbauen ok dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal